im stream dummer mittel streame die streame Sie findet Plastikverpackungen voll interessant. Was? Warum sind sie dicht? Was? Was hast du gesagt? Nein. Es regnet. Es ist auch im Stream. Jetzt kommen sie alle. Geht alle ins Bett. Auf Blackbox. Mr. Lover. Oh, ich hab nicht. Das wäre ja immer was. Zu gewinnen wieder. Bei Rang ist das Spiel wieder mal gewinnen. Jetzt war es einmal bei mir der Fall. Dass ich da gewinnen. So ein Rang und Ding. Oh, die schießen schon. Im Stream. Wer ist das schon wieder tot? Und? Du? Oh. Ja, das ist scheiße. So ein Lover, Lover. Ja, das ist scheiße. So ein Lover. Was? Was? Ne? Ah, jo? So. 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 die Rache. Ja, die Ratte. Ich lade nur schnell wenn ich hier auf. Scheiße. Hä, wo ist Zeit? Ja. hey warum sie nur zu zweit was so und der kriegt das cash drauf von zehn minuten dass der sich informiert wer spämmel alles gehabt hat und die kriegen es in rechnung stellt also mir michael und abend was er von mir ist bezahle ich nicht ich habe kein auto und habe kein auto ich habe ein foto gemacht was ich freu geholt habe habe ich nicht, aber kannst du dir was einbieten? naja naja ob der irgendwas bezahlen wird was er nicht macht wisch? na jo du gehst mit seinem Sack auf ehrlich warum steht man hier überhaupt so ab? warum stehen die schnett? ich auch nicht, vor allem die Tüte, weil drüben ist ein Container das sind vielleicht zehn Schritte mehr na jo, mein Schatz das Ding habe ich gesagt, ich kann jetzt keinen Namen nennen aber ich habe jetzt gesagt, so geil wäre, wenn das vom gegenüberliegende Haus ist und die das Zeck da rüber stellen alter dann äh ich glaube eher, das ist die der Nähe mit dem Tochter oder was ja ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja auch zu dem Menü auch zu dem Sack ich habe ja gesagt, ja, rahmen sie nicht weg, weil da hätten sie einen Depp gefunden und machen sie das mal wieder ich habe ja bei mir sein der will sich hören, die laufen los wieder aber das wollen die Leute auch nicht, weil es dann nicht zu teilen ist wo ist denn da? da oh ich glaube es gibt kein insanity ja ja eigentlich und 3 mann alter wieder plus null a null ausgleich gut 1 1 1 1 1 Schau, Fähre. Mir ist egal, wer den Kill erzielt, solange ich ihn beobachten kann. Dafür wurde ich erschaffen, glaube ich. Viel macht mir nicht Angst, aber eine Niederlage, das wäre echt nix. Ich darf vorstellen, euer Champion. Ich würde an eurer Stelle auf meinem Spot aufpassen. Lass uns hier landen. Verstanden. Halt den Atem an, falls ihr eine Lunge habt. Wo will denn da hin in die Stadt oder was? Ja. Aber guck, wie der fliegt, der kommt doch nie mit uns ab. Vorwahlperspektive. Hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich verstehe einfach manche Leute nicht. 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 Aber ich verstehe einfach an. Ich verstehe schon. okay dann legt ab blau warte kurz ja du so was deine ich bedanke mich sogar für das ja kubat wird so geht es schon hier ist ein rucksack stufe 2 Das kann es auch nicht sein, was sind das für Leute an der Dreckschweine. Wenn die von der Trüppe so weit vorlaufen, zum Sperrmüll um den Scheiß, können sie auch rüberlaufen, um das in die Container zu schmeißen, oder? Das nervt, Alter. Ich brauche schwere Munition. Ich brauche schwere Munition. Ah, da liegt er noch. Ich brauche Munition. Ich habe nur 80. Hast du den? Da beine? Ja. Oh. Oh. Guck mal, weil er so weit vorlaufen muss wieder. Guck mal, bis hier. Bis hier. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. 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 Oh ja, bei dir. Da steht ein Gegner, ihr Männer. Oh, das war ein Veralter. Ähm, das war doch, ähm, was war das? Rucksack? Guckst du? Mit zwei Mal dasselbe sein, weiß ich noch nicht. Aber, egal. Appell, banana, banana. Äh, äh. Äh. Ja, das würde ich nicht machen, weil ich weiß, wie es da abgeht. Deswegen hab ich ja gesagt, wir schlafen dann bei meiner Oma. Wenn wir da hier gehen mit der Lana und dem Keil. Oder? Das ist sogar das ist zu stressig für die. Vor allem, wenn sie dann sehen, wenn wir da so enden. Möchte keine Schotte da drin steht, weiß. Wo wir da so blöd macht, weiß. Ich hätte eh, ich hätte eh Knülle gemacht im Zug. Das wäre mir doch egal gewesen. Weil, da war ja der Birgene Ufe noch dabei. Der Ufe wird dann durchgekommen, Alter. Daher kommen wir dann. Der Ufe nicht, Alter. Wenn ich draufgekommen werde, der Ufe wird, guck mal. Der hat uns so ein Blickfeld gehabt die ganze Zeit. Ich hab's doch gesehen. Die Birgit, ja. Äh, geil. Das ist ein Waffenständer, guck mal. Cool. Ja, das gibt's auch schon lange, aber ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab's nur beschossen, ein Sniper hinter mir. Ciao, wir sind bei mir mal ein Snipe. Jetzt haben wir uns die Studie überhaupt. Die Mama müsste nicht so froh sein. Ich hab gesagt, sie sind froh, wenn sie Fresse kriegen. Der eine dort fortgeschmissen ist, dass er beschwungen hat. Der mit Tabak, der Tabak nur, oder? Ja. Langsam. Hab ich Lust? Ja. Du wohnen, du wohnen auch mit Pfeffer. Aber das sind nicht da. Okay. Okay. Du bist doch eigentlich immer voll nett, gell? Du hast immer gesagt, wenn die Armut geklärt, und ich wollte die Freunde, das hat auch nicht, dass du rausriegst, ne? Und dann waren die auch noch unten geschehen, die sind ja noch unangeschmissen, und die haben jetzt noch ein Boot, wo es in fremde Leid ist, und die Stummel noch geracht. Krankheitsüberträge, Alter. Das war noch so ein Hammer, das ist so, wo du jetzt mit denen teilen, macht er ja wie, macht er ja, schmeißt runter. Das ist so weg, das ist... ...eklisch wie Sau. Das war... ...und ich hab' schon gedacht, wo die... ...die Polizei-Männer kam, ...und ich hab' schon gedacht, die gehen dort hin, und das ist gesehen. Die fünf Mann da. ...und ich hab' schon mal gesehen. ...und ich hab' schon mal gesehen. Joach! ...und ich hab' schon mit demainter geworden. Ja, schreit doch. ... da weißt du nirgends allein alter zu dritt glaubt man ist aber die polizei aber klar was die polizei da braucht gar nicht so machen als ordnungshüter allein weil wir die party machen gehen sind das die schlimmsten 100 prozent ich habe zum anderen zu seiner freundin ihrem alter habe ich auch gesagt so von wegen ich kenne nach einer und das sind korrupte kopf aber es hat man sagt sowas zwar nicht aber ich kenne lang genug ist er heute noch nicht immer wenn er schon zu mir sagt alter hat mich schnell abgehauen kopf 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 Ja, bravo! 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 Oh! Äh, was solltest, Alter! What the fuck? Ja, ich glaube, ich habe gar nicht gesehen, dass der... Oh! Schlecht! Schlecht! Die probiert aus! Ah! Ja, oh! Die war... Mästig! Nein! Guck! 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 Die will flüssig nahrung! Guck! 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 Er ist leer, Scheld. Tagουμε nichts mehr drin. Meine These lautet, die mit dem stärkeren Willen überleben. Ich erkenne sämtliche Wege. Sie führen alle zum selben Ort. Ich bin da. Alles in Ordnung. Das ist euer Champion. Folgt meinem Weg zum Sieg. Lass uns hier landen. Schon gut. Zielgesichtet. Ich werde das Problem hier. Bereit machen. Es geht los. Vogelperspektive. Es ist ein Treffer und damit beginnt es. Urne 1, starte Ring-Countdown. Wir sind alle im Ring, gut. Wir sind alle im Ring-Countdown. Wir sind alle im Ring-Countdown. Wir sind alle im Ring-Countdown. Ich fürchte, ich wurde gesichtet. Sei er. Gasfalle platziert. Und abhängige Variable hinzugefügt. Schuss mal her, ich werde beschossen. Feind neutralisiert. Feind ausgeschaltet. Stereo... Und abhängige Variable. Oh, hilf! Bogenstern unterwegs. Die Bordeaux sind verabschiedet. Hier ist leichte Munition. Los jetzt, Bacalo. Ich gönne nur meinen Schilden, eine Aufladung. Warnung. Ring aktuell in Bewegung. Wir sind schon drin. Achtung. Feuer aufs Abjektiv. Neuer Killschüsseiser. Augen offen halten. Feind erledigt. Ich habe einen Feind ausgestattet. Aktiviere Schild. Eines wird gut. Ich wurde ausgestattet. Feind eliminiert. Gegner, in der Nähe. Kämpfer geht es unter mir. Lade nach. Ich habe ein Stückchen in der Sichtwelt. Ich bin euer neuer Kehlspitzenreiter. Ich kümmere mich um dich. Schild ist aktiv. Ich weiß deine Unterstützung zu schätzen. Sorge für medizinische Versorgung. Das war's. Vielen Dank.